Mein Name ist Dominik Röber. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Zwickau. Jetzt seit drei Jahren. Ganz normal wie bei jeder andere. Meine größten Erfolge zähle ich die Erzgebirgsrundfahrt, da war ich Zweiter und für mich persönlich der 28. Platz bei der Deutschland-Tour, wo ich da ein bisschen bei den Großen vorne mitgespielt habe. Ich bin so ein Bergfahrer, ich mag lange Rennen und harte Rennen. Mal richtig einen raushauen, auch bei einem internationalen Rennen. Ja, auch ein bisschen auf die Bundesliga mal gucken dieses Jahr. Die WM-Teilnahme ist dieses Jahr auch ein Ziel von mir. Ja, ich gehe sehr gerne zum Friseur und ich habe ein bisschen eine Automacke. Ich mag Autos neben Fahrrädern und so. Ne, läuft alles gut. Läuft.